zack ab gegen numanzia ab gegen numanzia wo war numanzia als die westphal fiel das ist die frage losano let's go augustin todes mit dem zweiten wäre natürlich mega isaq hat auf losano aufgelegt der vorlage wäre auch super gewesen und doppelpack von losano heute und ich bin happy doppelpack von lozano gegen numanzia und ich bin happy af come on leute isaq einfach mit einer 5 0 du kannst es dir nicht ausdenken ja wir sind mit dem 1 0 weiter torschütze lozano haben nehmen wir somit kalulu ist spieler spiels so ist von den großen mehr raus das letzte große frage wobei die meisten erst next sind schon rein ich glaube die starten erst danach rein jetzt tatsächlich also real und so real und barsa glaube ich joinen jetzt erst im pokal name gonna do it again and again aber nichts raus was irgendwie interessant wäre ne also zumindest sehe ich nix also auch so selta wie go sevilla athletic will bau hat man gesehen einfach dass irgendwie einer von denen rausgeflogen sieht aber nicht so aus ne oh ne dann join die nicht mal jetzt rein weil ähm da wurde ja ein barstle rein joinen ist die erste die wir uns angucken quasi angebot für mustafi kann man es mal angucken i guess ne hey zwei stimmungspunkte gewonnen yeah yeah wir sind im dezember einen monat noch bis zum ultimativen rebranding der der zweiten mannschaft die erste wird natürlich gefühlt immer größer dadurch dass wir gerade die nicht spielberechtigten spieler hoch holen um die zumindest im pokal und so spielen zu lassen aber hast du nichts wollen dass der nummer ist durch yes also jetzt die medizinische abteilung wird ausgebaut nehmen wird es nicht auch nicht das weil wir das geld nicht haben ein paar kommen noch rüberschieben dann können wir das noch machen so medizinische abteilung hoch ne 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 können wir nicht das heißt wollen dass dann können wir aber schon mal gut nehmen wir das noch mit in acht tagen ist das jugendzentrum fertig aber werden wahrscheinlich dann nicht mehr weiter ausmachen können dass man die b war das gewonnen hat oder also die db jugend von einfach mal 6 mio mal gucken mal gucken ich muss ihn ja nicht verkaufen so keine ahnung aktuell ist es einer der wenigen spieler der spieler von der zweiten haben sie auch nicht abgelehnt uiuiui 3 8 bis jetzt nur 45 fotos ausschlagen können das ist für die infrastruktur ist digga ganz ehrlich das gehalt ist doch aufs jahr gerechnet oder glaube ich oder das monatlich oder jährlich bin ich sicher gut muss eigentlich jährlich sein weil sonst das gehaltsbudget von 23 dann geht das allein für mustafi drauf gefühlt oder ist das nur das gerät was übrig ist ich weiß doch auch nicht digga ich weiß doch auch nicht so gegen mallorca geben wir wieder mit vollen stärke rein mit vollem anlauf rennen wir jetzt über den haufen ja und dementsprechend gehen wir rein da rein abfahrt jala ab geht die luci come on plus 80 gegen mallorca ne quatsch plus 100 genau quick maths come on yes 1-0 maldini mit tor nummer vier im siebzehnten spiel naja geht besser aber jedoch schlechter dann ist er trotzdem fast zwei stelle am ende der saison das doch okay das doch okay 2-0 wieder maldini absolute maschine let's go lupenreiner maldini come on do it do it schade schade isaac macht ein tor wir werden in der halbzeit so durch wechseln ich kann nicht vor der halbzeit wechseln kann die spiele nicht auch mit 1 0 nicht gucken jetzt wer immer noch auf einer 1 0 der vielleicht sogar 1 5 steht maldini hatten noch eine 1 0 dann kommt maldini runter safe call jetzt ist die frage wer ist der nächstbeste om demir ojarsabal aber doch wir merken ganz dabei gut dann machen wir das so tatsächlich keiner sonst eine 1er note sonst gerade keinem in der 1er note schade sobald ich eine blitzen sehe zack geht der wechsel raus sei euch wisst ihr es oh 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 ellusdorne okay eine die vielleicht nicht ellusdorne ist und nicht merino kamara kamara nehmen wir mit ähm dafür bringen wir greimel aber wenn das greimel so richtung ende auch nochmal ein einzelnes spiel wäre natürlich mega aber ich glaube der kam vielleicht ne 1 5 der kam nicht zu spät greimel du kleiner hund was hat's denn da das ist schon die zweite rote für ihn digga warum denn was für professionell sehen wir das hier karten ja zwei rote zwei rote einige wieso greimel wieso er hat in der 1 5 vor allem der hätte einfach mal eine 1 5 oder so rausgehen können seine seine durchschnittsnote ein bisschen boosten nee 4 akzeptieren wir nicht yes man warum tut er mir das an warum sag mal warum tut greimel mir das an warum tut der hausen mir das an das ist die wichtigere frage was 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 habe ich dem hausen getan dass er mir das antut dass er mir den aufm hals setzt ähm scream aim and fire wir könnten hier wieder wir könnten ja doch ich werde wieder mit kastane und losano spielen das ist risky ne nicht kastane mit losano und ähm augustin torres ne augustin torres nehmen wir mal ein bisschen nicht mit augustin torres ähm sehr sehr nice digga so bam bam sehr schön wenn es noch irgendwen ausläuft facundo garcia jetzt glaube ich nur facundo garcia ne danach könnten wir sie quasi alle angebracht haben und spielen wir halt mit dem dann müssen wir losano und facundo garcia noch soweit bekommen oder will der jetzt schon ne ähm und was habe ich wen habe ich jetzt gesagt losano ne yes 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 ähm so skodran ähm ich setze mit 4,5 aus torres äh verlängert sehr schön dementsprechend können wir jetzt nämlich verleihen sehr schön haben wir wieder einen angebracht das ist doch super ja so ähm facundo garcia wird spielen für wer auch immer der müdeste ist und die niedrigste form hat in dem fall le normand lozano spielt für isaac ähm wir lassen augustin torres vielleicht trotzdem ne wir lassen lassen david silber spielen ähm yes das ok so ähm weil wir müssen halt trotzdem das spiel gewinnen ne wir müssen halt ganz klar trotzdem das spiel gewinnen dementsprechend können wir da jetzt nicht so viel rum doktoren ich meine die sind deutlich schwächer sowieso damit fast nur noch minus 130 ne aber wir müssen gewinnen also theoretisch müsste einfach nur weiß ich nicht ist ja auch egal wir müssten nicht unbedingt gewinnen kalulus verlässt das sehr sehr schade ähm also es würde auch reichen wahrscheinlich wenn lokomotive und äh jablonek unentschieden spielen was wir wahrscheinlich gerade haben dann reicht uns auch ein unentschieden glaube ich ne vielleicht reicht uns dann sogar eine niederlage weiß ich nicht mhm aber wir gewinnen das spiel einfach und dann sind wir aus eigener kraft durch und fertig aus kamara was haben wir gerade gesagt wir haben gesagt wir gewinnen das spiel ne wenn du jetzt ins falsche tor triffst dann macht es das ein bisschen schwieriger hm verständlich soweit ne wenn wir jetzt vielleicht einfach das führungstor schießen könnten und das ding einfach gewinnen könnten aus eigener kraft danke wieder carlos fernandes wieder carlos fernandes man kann ihm vorhalten was man will in den wichtigen spielen ist er da da ist er da bam zweite verletzung wieder ne wieder zwei verletzungen in einem spiel ich raste aus und der fm so oh was zwei findest du nicht cool hier drei ne huh zum glück Lokomotiv hat nämlich noch gewonnen die haben nämlich noch gewonnen carlos fernandes mit doch der hat alle drei gemacht stimmt das andere tor war ja nur kamara äh für technie pro so ähm wir gucken mal die gruppen jetzt durch wir sind durch Lokomotiv ist durch in der b das heißt wir müssen nicht gegen den dritten aus der euroleague spielen ne das ist schon mal super ähm bergamo und leeds sind durch das ist erwartet glaube ich lütich und donetschk auch das ist eigentlich erwartet zenith und apuel ok zenith mit sechs punkten durch das ist absolut erwartet in der gruppe ne nur ein gegentor krass ähm youngboys makabi haifa ok hätte auch pilzen weiter kommen können aber es war knapp zwischen haifa und pilzen ähm hamburg ist durch der volk von bodo auch da knapp mit karak karabakh aserbaidschan not bad not bad ähm basen-lutrecht und ähm gulmarasch und panathinaikos ähm ich glaube keine großen überraschungen in der konferenzleague tatsächlich mhm wenn wir jetzt mal in die euroleague gucken haben wir inter und lille weiter trab sonst wo kommt in die konferenzleague lyon und marse äh marseille und hertha weiter gang in die konferenzleague aek athen raus unlucky gladbach und west ham sind durch ähm severe mit acht punkten in die konferenzleague uff naja wir kriegen unterstützung in der konferenzleague wenn man so sieht Lazio und braga weiter molde runter mhm brügge und alkmaar weiter äh zagreb runter Chelsea und besicht das weiter rapid kommt in die konferenzleague let's go oh atletik bilbao fenerbahce tesaloniki runter sportion glasgow und stumm graz stumm graz und rapid oha stumm graz aber punkt gleich mit glasgow ne direkter vergleich acht tore mehr in der differenz und trotzdem naja bitter 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 mhm auch hier keine großen überraschungen tatsächlich ne champions league liverpool wolfsburg real geht in die euroleague monaco ist raus glaube ich glaube fütter geht nicht in die konferenzleague oder fütter ist raus ne wolfsburg ist weiter real nicht das ist bitter tottenham und via real weiter rom in die euroleague oha gut für uns ne also für die spanier in dem fall psg city weiter neapel in die konferenzleague das ist äh in die euroleague das ist glaube ich auch zu erwarten hier bayern ajax vor porto mhm äh lyon dortmund vor kopenhagen atletico ist raus eieiei so viel für die spanier ne ähm barca und leverkusen sind weiter krasnodar in die euroleague arsenal ist raus uff benfica und salzburg weiter gent oha juve als letzter in der gruppe also da hätte ich jetzt eher auf 18 punkte juve gesetzt um ehrlich zu sein auch gut ähm menu und milan eindhoven geht runter ein paar überraschungen tatsächlich in der championship das ist ein mittelfußbruch gewesen oh gott ich würde es gar nicht wissen kalula hat im mittelfußbruch oh nein porto fällt zwei wochen aus kalula fünf wochen naja gut das fünf wochen ist jetzt gar nicht so dramatisch wie es tatsächlich erwartet ob man ehrlich zu sein ich habe jetzt ehrlich gesagt mit schlimmeren gerechnet bin jetzt fast ein bisschen erleichtert aber jetzt dürfen wir oh die b hat die b hat unentschieden gespielt holy shit holy shit jugendzentrum neun mio jetzt na gut jetzt müssen wir vielleicht ein bisschen sparen ähm so gegen atletik bilbao auf rechts spielen sie jetzt mit david silva ach weil porto auch ausfällt ist dann der nächstbeste merino wäre besser anzu farti auch euer sabal auch aber nicht viel tatsächlich die haben aber auch keinen besseren rm ne rm ist allgemein ein bisschen mangelware tatsächlich müssen wir jetzt mit leben mit david silva auf rechts tatsächlich mustafi geht wir kassieren nochmal 4-2 für ihn das ist doch super war der nicht kam der nicht von basel war der nicht mal bei basel ne mit samtdoria wusste ich aber ich dachte er war vielleicht vorher mal bei basel oder so hm gut 4-2 kassiert für mustafi das ist ok das ist tatsächlich ok damit bin ich völlig fein oh veranda der grund auch warum ich die jugend verträge wirklich jetzt zum ersten erst machen will weil wir vielleicht manche dann direkt hoch holen um den kader dann ein bisschen zu unterstützen in der zweiten mannschaft und dann vielleicht tendenziell eher auf die jugend zu setzen auch wenn das trotzdem eine abstieg kosten wird wahrscheinlich als da jetzt noch mehr spieler zu zu kaufen oder halt unter vertag zu nehmen zumindest also zumindest an außen stehenden spielern ne ich finde mir dann trotzdem besser die option tatsächlich wenn man eine haarmut hat digga aus dem nichts so du hast gut trainiert angustin torres hat gut trainiert ähm Facundo Garcia und Lozano sind jetzt die einzigen die noch im raum stehen ein bisschen ne wobei es natürlich sein kann dass wir die dann vielleicht trotzdem mit der nominierung kompensieren können vielleicht weiß ich maybe steckste auch nicht drin gerade wenn wir dann nur jugendspieler haben oder halt spieler die zumindest nicht bei uns in den ersten gespielt haben ich weiß ja nicht ob das reicht also ob die leute grundsätzlich kein profifußball gespielt haben dürfen oder halt erstliga fußballer keine ahnung ich weiß nicht wie die genauen Anforderungen da sind i lost my nerve ab gegen Athletic Bilbao sechs punkte spiel ganz klar wir sind drei punkte voraus also wir könnten theoretisch uns vielleicht in der lage leisten aber wollen wir nicht 1 gelb rot für Athletic Bilbao 1 0 durch Isaac let's go vorlag in Le Normand by the way ne wir müssen jetzt einfach ausnutzen wir können irgendwie 3 0 zur Halbzeit und dann wieder ein paar ein paar Noten safen können das wäre super hm? kriegen wir das hin? sieht es gerade nicht so aus El Ustono ist wieder El Ustono ist wieder na klar hat er wieder eine 1 0 Unai Simon mit der Glatzparade so ähm der einzige mit der 1er ist El Ustono Puff guck man da muss aber noch 1 2 Tore her also 1 minimum ne minimum minimum weil sonst kassieren wir gleich wieder ein dummes Gegentor und dann ist das Ding wieder durch Le Normand auf eine 1 5 Le Normand eine 1 0 die nehmen wir mit die nehmen wir mit du kannst die nicht ausdenken ne wieder Latte das ist so wir spielen gegen 10 Leute und das Ding ist so unendlich eng holy fuck aber wir gewinnen und damit sind wir 6 Punkte vor Atleti Weaver und Platz 5 das ist doch schonmal nice das ist doch schonmal nice Digga mein Spelling heute ne unter aller Kanone oder so so ein Punkt hinter Via Real das ist auch in Ordnung ähm Isaac geht auf 8 ähm ist jetzt hinter Beringuer, Defrutus und Luis Suarez der immer noch auf 10 hängt ne Luis Suarez gefühlt kein Tor mehr dazugekommen wollte ich nur mal gesagt haben wollte ich nur mal gesagt haben unsere Innenverteidigung ist dann aber wirklich anders wild ne also Innenverteidigung ist also da bin ich schon ziemlich stolz auf James McAty hat man auch Ablöse freigeholt ne ha ha weiß ich nicht ne weiß ich nicht ist mir ein bisschen zu wenig für McAty um ehrlich zu sein ein paar Spiele brauchen wir ja die auch wirklich spielen können nach Ossasuna müsste Weltfußballerwahl sein übrigens keine Ahnung wer da dieses Jahr gut dabei ist ne bin ich ehrlich so wir spielen jetzt gegen Albert Z die kommen mit nach 7,39 sind auf dem Abstiegsplatz aber in der zweiten Mannschaft äh in der zweiten Liga aktuell ne die einzigen die schlechter sind sind wir also unsere zweite in dem Fall ähm wir gehen wieder Risk außer ok Lozano möchte nicht verlängern das heißt Lozano spielt ähm Facundo Garcia möchte nicht verlängern das heißt Facundo Garcia spielt wir müssen wirklich ein bisschen schonen es wird Subimendi spielen Diallo startet es startet auch Greime wir starten mit der anderen Innenverteidigung komplett einfach nur ein bisschen zu schonen ähm ich könnte Augustin Torres spielen das bin ich aber nicht so der Fan von um ehrlich zu sein ähm yeah machen wir so machen wir mal so gucken wir mal so wa rein da gegen Albacete dritte Runde danach kommen Barca und Real dazu glaube ich dementsprechend rein da Leute come on 1-0 Jason du kannst es ne ich will es mir auch gar nicht ausdenken es ist ja schon passiert wir haben wir haben 92 plus Leute come on euer Sabal meine Güte Entschuldigung wir haben 2000 wahrscheinlich haben wir tatsächlich noch 2023 come on jetzt wir fliegen jetzt gegen Albacete den Pokal raus oder das wird jetzt so laufen bin mir fast sicher mittlerweile 2-0 Lozano nein 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 Sofa hat man gesagt Sofa Abbie brauchen wir 12 ne noch nicht wir haben es halb 12 yeah Subimendi let's go Ausgleich let's go 52 Reset yes Lozano boom jetzt ruhig jetzt ruhig Leute ruhig come on Tor Lozano Tor Nummer 3 schafft den Lupen rein schafft Lozano den Lupen rein das ist die Frage ok Glanzparade komm nochmal drauf für Lozano Glanzparade Pfosten schade hätte ich ihm gegönnt hätte ich ihm gegönnt puh war aber ein enges Ding jetzt so wer ist raus Sevilla Flicking Aiba raus wir wären auch fast raus geflogen Leganes ist raus Rayo gut das sind jetzt alles nicht so unerwartet Granada ist raus gegen Schwächeren Getafe ist raus ähm ich wollte schon sagen mal Lagas raus ne Rassing ich dachte kurz das ist selter Vigo ist aber nicht selter Vigo fast gebaitet fast guti dann ist denn die erste Pokalauslosung come on gebt mir irgendwas schlechtes die gucken wir uns jetzt noch nicht ganz an weil das sind mir zu viele Murcia spielen in der dritten oder vierten ich kann also bei da in spannenden blicken kannst du dich was dritt was führt ist ganz ehrlich kommen wir mit 6,96 wahrscheinlich hobe Schenkelzerre für Ramiro Jugendspiel entdeckt come on come on oh yeah oh yeah den nehmen wir aber mit du den nehmen wir aber sowas von mit nein 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 fehle 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 so ähm wir laufen auf Osasuna zu und das ist okay wir laufen auch auf die Weltfußballerwahl zu wie gesagt wir können mal gucken gleich wie es in den anderen liegen wir gucken mal okay wir gehen bis zum Sonntag vor mal in die Spielgespräche und so bis dort habe ich es dann nämlich vergessen aber wir gucken gleich mal wie es in den anderen Ligen aussieht ähm vielleicht auch mit den Torschützlisten und so aber vielleicht ein bisschen absehen können wer denn eventuell nominiert sein könnte für die Weltfußballerwahl Invincible so der hat gut trainiert du hast gut trainiert so ich habe euch jetzt zweimal gelobt das könnt ihr doch verlängern oder? is that not how it works? is that not how it works? Lozano großes Lob sogar tschül also wenn der jetzt nicht bald verlängern will dann weiß ich auch nicht wow wir haben schon wieder ein Angebot für Victor Ruiz zweieinhalb bei was ist ein bei was sind wir letztes Mal ausgestiegen? bei Victor Ruiz weiß ich gar nicht mehr waren wir dann nicht im 4 Komma Bereich? ne das war bei Mustafi ne? ich glaube Victor Ruiz hat mal weniger weil der nur 1 Komma wert ist bin mir aber nicht mehr sicher weiß das noch irgendwer nein ähm so Jugendmannschaft auch neue Mentorin das Mentor Update und in der B haben wir hier vielleicht ein paar neue auch wenn wir keine schlechten alten haben vielleicht zumindest hoch yes da haben wir 9 vorgesagt vielleicht zumindest 1,2 neue die wir verteilen können oh das neue ach so ja ja Sondern Betreuung muss aufgestellt werden ähm du wirst äh rm so hatten wir nicht ne da hatten wir lm noch haben wir schon rm? ja haben wir Kampagnes oh oh ähm hm das ist schwierig ne sind beide 15 das ist sehr schwierig äh wir könnten ne ha ha er ist sehr schnell wir könnten ihn theoretisch auch auf lm stellen dann kommt dann theoretisch irgendwann da ne ich lass jetzt beide auf lm so was was will ich machen ne? wir können ja nicht alles umtränen so gegen Ossasuna kurz die 11 durchchecken ich hab die ich hab die Spiele die anderen liegen noch im im Kopf ne? Victor Ruiz ist 1,6 wert wir können mal verhandeln auf jeden Fall ähm Spieler zurück in die Jugendmannschaft das ist okay wie sieht das dann jetzt weiter aus? wir haben trotzdem ne komplette Aufstellung irgendwie hä? haben wir den Spieler dazu gewonnen? wir waren doch immer 10? hä? oder ist der vielleicht noch aus der Jugend? ne hä? na gut sollen wir recht sein soll mir recht sein ähm dann gucken wir vielleicht nochmal ganz kurz ob Lozano jetzt möchte? nein ob ähm Facundo Garcia möchte? nein ok wir gucken die anderen Ligen ähm in Deutschland ist Bayern gerade auf die 1 vor Dortmund Leverkusen Wolfsburg Lappers Stuttgart oha Hannover und Schalke stehen wieder auf dem Abstiegsplatz in England in England Hummer City auf der 1 Man United Chelsea knapp dahinter Everton auf 5 Tottenham nur auf 8 die werden nicht begeistert sein West Ham nach der letzten Saison ne? die waren letzte Saison 6 da werden sie nicht begeistert sein jetzt auf der 12 zu hängen aktuell aber gut auch hier die Aufsteiger alle auf dem Abstiegsplatz Frankreich gehts jetzt los? gehts jetzt los? merkt man jetzt langsam dass das hier Bappe fehlt oder was? Maxi Gomez vorne drin Maxi Gomez von Valencia gesnackt oder was? für 50 Mio holy shit ähm hier sind die Aufsteiger nicht auf dem Abstiegsplatz ganz im Gegenteil ähm kann auf 14 solide Toulouse knapp auf 17 ähm Italien Inter natürlich AC Bayern Juve Atalanta spielt sehr sehr gute Saison Latte dafür nicht so auf 9 und gerade in Italien war es ja sehr sehr oft so dass die Aufsteiger direkt wieder runter sind ne das also wirklich erschreckend häufig ähm 2 stehen auf Abstiegsplatz Kalja die hat sich gerade rausgekämpft also weiß ich nicht vom vom ähm Platz davor weggekämpft hier ist Ajax wieder 1. Eindhoven auf der 4 das ist ein bisschen Belasto Feyenoord glaube ich war letzte Saison auch ganz gut unterwegs würde ich für ihn vielleicht auch ein bisschen enttäuschend sein ähm Sporting auf 8 ich dachte mir schon okay Goumerasch hat sich wieder reingekämpft Sporting Braga auch Portimonense im Moment ne Sporting nur auf 8 ei 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 Uiuiui Spanien wissen wir ja in Österreich Rapid auf 1 vor Red Bull stand jetzt LASK äh danach Sturm Grazia eigentlich ganz gut unterwegs war ne auch letzte Saison glaube ich irgendwie dritter oder so ja ähm 3-2-3 hatten da gerade gesehen ähm sind jetzt auch in der Wahnsinnsweiter die sind kommen die runter die Conference ich glaube die kommen in die Conference League ne genau so wie Rapid aber echt nicht gut dabei echt nicht gut dabei echt nicht gut dabei guck mal fix die Torschützenlisten äh Marco Gurül ist sehr sehr gut dabei aber nix was irgendwie interessant für uns ist in Deutschland Alario auf 1 gefolgt von Jan Thielmann Weghorst Pedersen wo ist denn wo ist denn wo ist denn Mbappe auf 15 hat nur 6 Buden gemacht hat nur 6 Buden gemacht Uiuiui in England ist es Harry Kane der wird wieder nominiert sein gehe ich davon aus dann ähm wenn er jetzt schon wieder die die Torschützliste anführt wird er gut dabei sein Duvan Zapata für Arsenal scheint sich gut zu machen ne scheint ein guter Einkauf gewesen zu sein Ikone hier Messi auf 3 könnte vielleicht nominiert sein hat sie schon mit weniger mit weniger Weltfußballer geworden Lautaro Martinez ist ein guter Schaut wahrscheinlich wieder für die Nominierung und in Spanien ist er Luis Suarez ich wollte schon sagen 18 Buden ne 18 Spielen hier wieder sehr sehr wenig Tore bei uns ne also Harry Kane wäre eine Option ähm Messi vielleicht was hat man jetzt noch gesagt ich weiß schon egal Lautaro Martinez wäre eine Option Budimir mit dem 1-0 für Ossasuna aber direkter Ausgleich let's go so muss das sein so muss das Maldini Maldini Maschine Maldini gefällt mir sehr sehr gut diese Saison zack gelbe Karte zack gelbe Karte Le Nomant und El Ossasuna das scheint so nach einer gelbe roten das kannst du dir nicht ausdenken 2-1 vor der Halbzeit vielleicht noch für uns für uns bitte Budimir mit dem Tor Nummer 9 ja come on Leute nicht gegen Ossasuna können wir nicht gegen Ossasuna liegen lassen schaffen wir das wo ist der Ausgleich zumindest ein Ausgleich ein Punkt gegen Ossasuna ist das so viel verlangt oder 5 gelbe Karten Digger wir bleiben auf der 4 wir hatten Vorsprung auf Bilbao wir haben jetzt nur 3 Punkte Vorsprung wir hätten an Villareal vorbeigehen können Villareal hat liegen lassen gegen Getafe wir hätten genauso begeistert sein wie wir Luis Suarez setzt auf 10 Berenguer auch der Thomas de Frutos und Budimir haben wir jetzt gerade live gesehen sind auf 9 Tore hoch Real Madrid wieder Herbstmeister ne der Madrid bisher Domination nur Atletico einmal Herbstmeister gewesen